Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei einer weiteren Folge Worms Clan Wars und mit dabei ist natürlich wieder der Alf, der Stefan, also Ghost und der Dan Danzen. Hallöchen. Grüße. Hallo. Hallo. Naja, heute eine ganz neue Aufstellung. Warum lädt denn das so lange? Ja, der muss erstmal die Verbindung alle prüfen, ob das einigermaßen hinhaut. Na, dann gibt das eh nichts, Danny. Nee, beim letzten Mal hat der auch ziemlich lange geladen, weiß ich noch. Oh, dann ging's einigermaßen. Zwischenruhig kommt das nochmal vor. Ich darf anfangen, das darf ja gar nicht. Das ist noch nie passiert. Also ich will erstmal gucken. Ich guck erstmal rum, ne Runde. Ich guck auch erstmal ne Runde rum. Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn man nicht anfängt. Jetzt will er nicht mehr anfangen. So. Ähm, am Anfang haben wir ja solche, solche gewittigen, äh, wer ist denn der Blaue? Das ist Schuto. Nein. Ja, und Schuto habe ich heute sowieso schon mal ab, denn. Na gut, dann hau rauf. Was haben wir denn überhaupt im Moment da? Wir machen sowieso keine Tipps. Wir müssen immer alle selber drauf kommen. Ich glaub, die Waffen kennt ihr ja alle, ne? Also zumindest ein Großteil. Wenn ihr da irgendwie noch nichts wisst, dann einfach mal fragen. Komm schon, Alf, geh auf Rot gehen. Du stehst da perfekt, Mann. Komm schon, Alf, geh auf Rot. Hier, lass mich doch mal gehen. Hast noch 20 Sekunden. Du weißt ja, bei mir jetzt ist das immer so eine Sache. Also langsam. Ähm, das ist eine Lenkrakete. Achso, scheiße. Ja, schieß in die Luft, in die Luft, in die Luft, los, schieß. Das war 90 Sekunden, Alf. Hier, weißt du was? Ich bin auch noch nicht so, ne? Irgendwie fehlt mir da was hier. Naja, aber mehr Zeit kann ich nicht einstellen, das meine ich damit. Ne, das ist auch nicht gut, wenn man anfängt. Ich muss da auch erstmal rumgucken. Da sind gleich nicht die Waffen, die ich eigentlich normalerweise gerne nehme, sind nicht freigeschaltet. Ja, wer ist denn das, der Blutgrüne? Ich glaube, das bist du. Ich bin auch nicht sicher. Wie ist denn? Wir werden gleich sehen, der kürzeste Balken ist der Grüne. Danny. Der Danny hat schon mal einen weniger, gut. Ah, jetzt ist er auch gleich dran, jetzt kann er sich gleich rächen. Direkt an einem roten Bächel. Ach, das ist der Gehirnboom. Wenn der Gehirnboom dran ist, heilt er alle um fünf. Bin ich ja mal gespannt, was der sich so alle einfallen lässt. Jetzt kommt der Meisterzug. Er ist eingeschlafen. Ja, der muss, nein, nein, der muss ja auch immer mal ein bisschen. Der hat halt eben die Vorbereitung nicht mitgemacht. Ich habe euch ja nur noch eine Chance gegeben. Weil ich gleich richtig loslegen werde. Gleich geht's los. Oh, da muss ich ein bisschen länger drauf gehen. Ich wusste, dass das in die Hose geht. Naja, ich muss gedrückt lassen. Genau. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass ich eh mal drücke und dann beim Abschießen noch immer drücken muss. Hier, nein. Du bist aber auch vorne an die Kante gekommen. Ja, bloß, weil ich nicht genug hatte. Willst du ihn zu Tode gehen? Der Gäste weiß jetzt auch im Moment nicht, was er machen soll. Da drüben sind auch noch zwei von dir. Denk dran, ne? Stirb! Was war das denn? War eine Uzi. Hast du im Endeffekt Glück gehabt, dass da hinten noch was stand? Hast du mal richtig reingehauen bei Alf. Also auf deinen Gegner müsstest du jetzt gefunden haben, oder? Du, äh... Das war doch mal schön. Oh, oh. Oh nein! Ich hab die Miene nicht gesehen! Aua. Passiert. Also das ist eine Runde, die kann ich gleich abschreiben. Ne, das machst du wahrscheinlich mit Abschießen. Willst du uns in Sicherheit wiegen? Gibt's doch zu. Ähm, ich hab da ne Idee. Ist die Frage, ob das klappt. Aber ich versuch's wieder mal. Ah, wieder Blindgänger. Ich liebe das. Schaden! Ne, doch nicht. Jetzt weiß ich, was kommt. Die Frage ist, ob das ausreicht, mir runterzuschubsen. Jo, reicht es. Warum kann man das? Mal machen. Ich kann das Ding auch nicht leiden. Ich hasse das Ding auch. Nein. Was macht der denn hier? Nein, reicht nicht. Hilfe! Jetzt hab ich den so schön hingelegt da. Der steht da so schön auf dem Fass. Jetzt brauchen wir da nur irgendwas ranballern. Die stehen aber alle echt richtig gut hier, um zu sterben. Außer die in der Mitte da. Also Alf hat's hier schon wieder in die Mitte verschlagen. Ich bin recht sicher eigentlich. Das sieht aus, wie der da dran liegt. Ich hab das gerade mal ran gesucht, wenn das sieht. Der arme Wurm. Ach, das... Der arme Wurm, von wegen. Ich find, das hat er nicht verdient. Guck mal, was der am Keuchen ist. Was der am Keuchen ist. Der fette Wurm. Mach was draus. Ja, will ich auch. Aber das ist die Kacke, verdammte Miene. Vielleicht ist es ein Blindgänger. Muss mal ausprobieren. Muss mal drauf gehen. Doch, das gibt's. Die Blindgänger, das gibt's. Jetzt ehrlich, jetzt. Ohne Scheiß. Musst auf Risiko gehen. Traut euch nicht ran, ne? Traut euch nicht ran. Sterb! Ja, buddelt dem mal ein Loch, dann muss ich das nicht machen. Oh mein Gott. Eigentlich, das wär stärker. Nee. Die trifft halt nur relativ oft. Wenn der so gut einsetzt. Das sind nur meine, das ist doch scheiße. Also, wer war denn das vorhin? Das war der... For Ghost, der Blaue. Nein, das war der Grüne. Ich weiß, ich soll mich ein bisschen beeilen. Das Problem ist, ne? Ja, Alf, sprich dich aus. Achso, jetzt muss ich das erstmal so machen. So, das war hier... Hier war das. Nein, der da hinten weg, der fliegt ins Wasser. Der Palmer-Typ. Ja, Mann, ja. Ich krieg das mit den Einstellungen jetzt hier so gescheit hin. Nein! Hat nicht gereicht, der Weg. Also, jedes Mal bei mir, ne? Und ich hab auch selber Schaden gekriegt. Weil du ja trinkst. Hör mir nur auf, ja, ey. Das ist heute dein Tag, oder? Wenn du in der komischen Blache drinnen drinnen stehst. Meinst du, das liegt an der Lache? Ja, das liegt an der Lache, weil du hast am Anfang darunter so Dings gekriegt. Ich muss erstmal probieren, ob ich den hier rausspülen kann. Ist schon mal gut. So. Mit denen haben wir auch noch was, denke ich mal. Ich glaube, ich gebe auf Nummer sicher. Nicht, dass der Winkel nicht stimmt. Tut mir leid, dass es beide deine waren, aber die standen da perfekt. Jetzt hab ich mir Feinde gemacht. Ja, soll man, soll man den ersten gleich los? Glück, dass es ein Blindgänger war. Ja, das wäre echt cool, wenn du mal komplett ohne Blindgänger spielen könntest. Weil wir haben echt sehr viele in den Aufnahmen, also 50% Blindgänger. Alles Minenexperten bei uns. Na, drei gehen durch. Ja, ist klar. Immer auf die kleinen Dicken. So, das ist natürlich, das hast du nicht umsonst gemacht. Ja, das ist anderes übrig. Ja, ja. Das sag ich doch auch immer. Mir bleibt auch nichts anderes übrig. Oh wei, jetzt geht's los da. Der geht eh auf mich. Der geht eh auf mich, weil ich irgendwie ärgert hab. Hier, hör auf zu pupsen da. Stellt der sich genau auf mit. Der hat sie wohl nicht alle. Da will ich vergraulen. Dann läuft gleich freiwillig links die Klippe runter. Du bist nicht, nur freiwillig. Nimmst du das mit, ja? Flieg! Oh man, geil. Ich dachte, der fliegt dann auch runter. Das sah mir komisch aus, aber cool. Alp ist dran. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich hoffe, irgendwie ein Töten. Ich hab mir rächen, ist klar. Ich weiß nur, dass... Oh man, da steht ja perfekt auf dem Ding. Ist euch aufgefallen, keiner geht auf den Shooto. Ach wow. Ich kann nicht auf mich selbst gehen. Ich hab's gemacht. Ja, der Shooto hat auch immer Glück, ganz in Geschichte. Der hat nur das Glück. Das Tüchtigen. Warte, 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 warte. Nein. Hast du das explodieren lassen? Du musst warten, bis das irgendwie da ist. Das läuft ja wieder zurück zu dem anderen da. Dann wird er tot. Ach so. Ja, siehst du. Das hat immer dann nachher irgendwann einen Countdown. Das sind so Sachen, das kann ich mir immer alles nicht merken. Nein, nein. Weck mich doch. Der will da nicht raus. Ja, schaden. Ich wollte mal hinten springen. Na, endlich. Bin ich gut. Ich auch. Ich auch. Der Blau ist da geschützt. Ich misch mich da mal nicht ein. Was hab ich denn da gemacht? Ja, bescheuert. Das seh ich ja jetzt erst. Ich dachte da unten. Ach. Ich sag's jetzt nicht. Übrigens fängt gleich der Sudden Death an, um mal so nebenbei. Ne, ne? Doch. 20 Sekunden. Nein, das ist nicht gut. Das heißt, gegen Ende dieser Runde wird's dann losgehen. Ja. Das bedeutet, die Karte geht immer weiter runter. Das Wasser steigt einfach. Oder so rum. Das ist natürlich überhaupt... Sie arbeiten gegeneinander. Das Land versinkt, wenn das Wasser steigt. Das ist dich. Mensch, der hat sich doch nur versteckt. Der hat euch doch nichts getan. Schwimmen können die. Schau mal, jetzt muss die Frage, ob die da unten schwimmen können. Mein 200er ist gleich weg, da weiß ich. Wenn ich einen Wurmwechsel hinbekommen würde, den komme ich nämlich nicht klar mit dem Mist. Dann würde ich mir den holen, aber leider weiß ich nicht, wie es geht. Hm, mit welcher Gemeinheit werde ich das denn jetzt lösen? Mit welcher Gemeinheit werde ich das denn jetzt machen? Okay, so komme ich weg. War eine Ehre, mit Ihnen gedehnt zu haben. Oh, der fliegt und homerun. Ähm, warum ist das Ding jetzt hochgegangen? Ich weiß es nicht. Das war ein Windhauch, der darüber ging. Gib mir den 200er, gib mir den Seahal, los. Oh mein Gott, mein Gott. Der heißt nur so, der kann nicht schon. Na toll, die sind alle tot nächste Runde. Alle drei. Vielleicht ein dicker Wurm. Ja, und da sind zwei von mir. Gern geschehen. Du Dreck, sag du. Aber gut. Wenn du jetzt einen Wasser-Jetpack nimmst, die du da unten rechts mit reinhaust und selber mit rein sprichst, die Kohle sind alle weg von dir. Ist das eine Alternative? Das war All-Shooters-Plan. Geschützt. Juhu. Und. Oh, weil der kann schwimmen. Super. Er ist noch nicht untergegangen, aber jetzt ist er tot. Ich krieg den nicht, oder? Krieg den? Nee, schade. Ich kann das nicht glauben, was da jetzt wieder ab... Ich versuch's einfach. Mal sehen, ob das funktioniert. Komm schon! Ach Mann, der hält sich da. Komm! Tu es! Los! Gib dir einen Ruck! Schade. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Oh Mann. Der reagiert jetzt gar nicht mehr, siehste? Jetzt geht's gleich darum, wer am höchsten fliegt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich war noch der Vorhut runter. Die ganze Welt spreng ich die nächste Runde weg. Alle Früchte. Da hab ich nix dagegen. Nein, die wollen andersrum. Ich glaub, es sind gerade Juliens gute Deutschkenntnisse in meinem Video drin. Das war jetzt eigentlich nicht so gut. Ist auch toll. Julien weiß, dass ich aufnehme, aber schreibt mich an. Dafür Props. Gut, da muss ich ja zusehen, dass ich mit dem da rauskomme. Muss ich bloß überlegen, wie mach ich das? Also, wir müssen mal kurz nach links springen. Ist doch ganz einfach. Hast du keinen Teleporter unter links oder sowas? Noch mal drauf drücken, dann geht's aus. So. Jetzt, na? Jetzt wird es nach links auf den Gleitern. Bin ich gespannt. Oder ein Ghoster da ins Wasser schmeißen. Nein, ich da nicht. Noch viel zu liebisch. Oh, die ist sogar nicht schlecht. Sehr langer. Das Loch wird immer größer. Ja, es hat ein bisschen hingehauen. Sagen wir es mal so, ne? Also, ich glaube, dass ich jetzt noch so zwei, drei Runden mit dem ein bisschen Ruhe habe. Zumindest, was das Satten Death angeht. Was soll das denn da? Den letzten Schwasser-Jetpack. Bitte, lass es sich lohnen. So ein Sky. Krieg ich den da rübergeschubst? Komm schon. Du hast den Glück, Alf. Oh, echt. Dass ich extra die Wasserpistole für dich rausholen muss. Ihr, ihr Leute, ihr müsst mal in den Kommentaren bei Tutu drunter schreiben, weil soll man dieses Scheißding mal weglassen. Das ist doch völlig langweilig. Ich finde das geil. So. Jedes Mal das Gleiche. Du bist doch noch nicht mal runtergefallen. Ja, trotzdem. Ich hätte aber. Bitteschön. Das war's anderes. Oh, oh. Man fliegt. Oh Mann, der ist sogar noch am Leben. Ja. Ja, hast du einen Blick, ey. Oh. Ich habe mich in mein kleines Wasser zurückgezogen. Ich bin halt eine Wasserratte und ich tue nicht gern Leuten weh. Aber was nimmt man da? Weil Wasser hält ganz schön was ab. Ja, aber so viel nicht. Es könnte sein, dass er Glück hat und da ist ein Krater nach rechts oder links. Nach links wohl eher. Nö. Hat er nicht. Ja, ja. Er hat sich auch... Alter, du hast dich selber mit umgebracht. Meiner bleibt da stehen. Die sind beide... Die sind alle tot jetzt. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja, geil, ja, geil. Nein. Der war richtig gut. Wirklich. Der war erste Sahne, Junge. Hallo. Eine fliegende Kiste. Das finde ich nicht gut. Doch, ich fand das richtig. Du hast da endlich mal was gemacht, wo man stolz drauf sein kann. Ja, für dich. Ich muss jetzt die richtige Waffe noch finden. Da ist der Alf. Mal sehen, ob Alf die noch findet, die richtige Waffe. Ich habe doch keine Ahnung. Aber das ist egal. Das ist völlig egal. Oh, die war gut. Die war gut. Der Holi ist das schwer zu treffen. Ich verfluche dich. Ja, viel zu wenig. Viel zu wenig. So, wer ist jetzt dran? Wer ist jetzt groß dran? Einer wird sich rächen. Ja, das weiß ich ja. Ja. Das fragt sich nur, was jetzt kommt. Weißt du, der einzigste, der richtig gefährlich ist, das ist nämlich der, der gerade dran ist. Allein dafür muss Ghost dich töten. Du siehst ihn gar nicht als Gefahr. So. Das ist die Frage. Haben wir da eine gute Position? Da unten der, der wird ja bald weg sein, hoffentlich. Gehen wir auf jeden Fall sicher. Ach, das wieder. Das. Bloß die Frage, ob ich da hintreffe. Ja. Dürfte reichen. Jo. Mach's gut, Gorda denn schon weh? Ich sag dazu jetzt gar nichts. Es war nicht die, die Wasserbombe. Ich sag zu, das ist auch nichts. Denn, Alf. Ja, das ist Taten sprechen. Du kommst jetzt da jetzt nicht schnell genug weit. Überlege mir, ob ich das. Ich bin gespannt. Ich nimm uns beide. Du musst immer mit, du musst immer überlegen. Danach ist ja, dann. Das war auch das Beste, was du machen konntest. Boom. Oh Mann, ey, leh mal nicht schlecht. Oh, jetzt bist du geschützt. Das war richtig gut durchdacht. Ja, ja. Oh Mann, komm ich jetzt gar nicht, da komm ich jetzt gar nicht ran. Naja, das war totales Glück, dass das Ding da drüber geht, aber trotzdem. So. Das Ding ist ehrlich, glaube ich. Fünf Schaden pro Runde. Mach ich's langweilig oder mach ich's nicht langweilig? Mach's nicht langweilig, oder? Ich könnte jetzt eigentlich hier den Sprengwurm nehmen, dann ist er tot. Nee, ich mach's mal nicht langweilig. Supershaft kann ich nicht kontrollieren. Wollen wir mal gucken. Das trifft zwar eh nicht, aber egal. Ich bin in meiner Bastion der Gerechtigkeit. Ich will mal nicht langweilig machen. Das Ding ist schon mal weg. Was war's mit deiner Bastion? Hast du schon eine Armageddon? Dann zieh hier durch. Das wäre so fast die einzige Möglichkeit, beide noch zu töten. Na, was ist jetzt die Phase? Das hat er sich überlegt. Ganz langsam mit dem Pfeil angenähert. Oh, der ist, glaube ich, doch jetzt tot. Ich glaube, er ist verbrannt. Ja. Na gut, dann gucken wir mal, ob du fangen kannst. Fangen. Salut! Mach's gut. Ich mach mal noch einen bunten hier mit dem steigenden Wasser. Jut. Beim nächsten Mal sind die beiden Jungs hier eingespielt, nehme ich an. Und dann geht's, glaube ich, ganz anders lang. Und das sehen wir dann wieder beim Alf. Oh, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann genau beim Alf wieder. Und euch noch einen schönen Tag, euer Shoto.